Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die Beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. In meinem Podcast geht es ja, wie der Titel verrät, um Entscheidungen. Und im Regelfall bin ich da ein sehr ruhiger Vertreter und versuche, Entscheidungen aufzuschieben bis nach dem Gewinn sicheren Wissens. Das ist eine Strategie, die mir sehr gut gefällt und mit der ich normalerweise sehr gut fahre. Das heißt, im Bereich meiner Patienten sehe ich mir den Fragebogen an, den die Patienten ausgefüllt haben, um den ersten Eindruck zu gewinnen. Dann machen wir ein ausführliches Gespräch über die Inhalte dieses Fragebogens, über Dinge, die mir besonders aufgefallen sind. Danach mache ich meistens die Untersuchung, die körperliche, Gangbild, Haltung, Beweglichkeit, spezielle, praktische, alle möglichen Tests. Und dann, zum Beispiel, wenn ich dort keine große Diskrepanz finde, gehen wir meistens in eine Behandlung über. Falls zwischen dem, was die Patienten mir sagen und dem, was ich finde in der Untersuchung, deutliche Unterschiede herrschen, dann werde ich aufmerksam und schaue mir dann doch nochmal diagnostische Tests an, wenn es welche gibt oder in seltenen Fällen ordere ich welche, falls es noch keine gibt. Das ist normalerweise nur ein Prozess und danach erlaube ich mir ein Urteil, zumindest ein vorläufiges. Denn abschließende Urteile sind halt sehr, sehr schwierig in einer sich verändernden Lage. Und normalerweise greife ich diesen Prozess eben nicht vor. Aber gerade in der letzten Woche hatte ich zwei Ereignisse, wo ich genau das getan habe, weil beide Patientinnen in diesem Falle haben von einem orthopädischen Kollegen und von einem chirurgischen Kollegen die Aussage bekommen, mit dem Knie, das waren beides mal Knie, sollten Sie auf keinen Fall mehr Rennen gehen. Fahrradfahren, auch schwierig, Wandern in den Bergen, ganz schwierig, vielleicht ein bisschen flach wandern und Sie sollten so Pedalsets kaufen, die Sie vor das Sofa stellen, um damit vielleicht nochmal so ein bisschen Bewegung reinzumachen, nur ganz sanft. Denn wenn Sie das nicht hätten, sei ihr das Knie nicht mehr zu retten und man müsse es operieren. Und genau in dem Moment habe ich dann mal vorgegriffen und beiden diesen Damen gesagt, dass diese Hinweise aus meiner Sicht absoluter Unsinn sind. Und zwar egal, in welchem Alter sie sind und auch fast egal, in welchem Zustand ihr Knie ist oder ihre Hüfte oder ihr Rücken oder sonst irgendwas. Wenn ich länger drüber nachdenke, stelle ich mir daher die Frage, was der Antrieb ist, mancher Leute in der Bewegungsmedizin zu arbeiten oder in Gelenkmedizin oder was immer, wie man auch definieren möchte. Was Orthopädie ist oder Physiotherapie oder eben Chiropraktik, Osteopatie, alles Mögliche. Was könnte der Antrieb sein, wenn das, was ich den Leuten rate, ist, sie von der Bewegung abzuhalten und ihnen große Sorgen auferlege, was den Knieersatz mit 35 angeht. Und solche Dinge. Um dann einen MRT-Bericht zu sehen, auf dem nahezu nichts von Gonarthrose, also Knieabnutzung zu finden ist. Nichts. Leichte Schäden am Meniskus, bla bla bla, lauter so ein Zeug. Also wirklich überhaupt nichts Aufregendes und schon gar nichts, was Aktivität sozusagen einschränken sollte. In meiner Praxis kriegen alle Patienten Hinweise, nicht wie sie sich weniger bewegen, sondern wie sie sich besser bewegen. besser vorbereitet, besser nachbereitet, eine bessere Idee bekommen, wie die Bewegung stattzufinden hat, welche Phasen es in dieser Bewegung gibt, welche Abläufe wichtig sind, auf welche Punkte ich achten sollte. Sind Schmerzen in bestimmten Situationen normal? Sind sie als interessant zu betrachten oder sind sie immer bedrohlich? Was mache ich, wenn ich wirklich Abnutzung habe? All diese Fragen kläre ich mit meinen Patienten und nahezu immer komme ich zu dem Schluss, dass sie sich mehr und besser bewegen sollen. Es gibt dort nur sehr, sehr wenige Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind Brüche, offene, offensichtliche Brüche mit starken Fehlstellungen der Knochen und schwere, akute, egal ob rheumatische oder autoimmune Entzündungen in bestimmten Gelenken oder Muskeln. Das sollte die Bewegung zumindest für eine Weile einschränken. Aber auch dieser Hinweis ist lediglich regional zu werten. Denn Bewegung allgemein sollte überhaupt nicht eingeschränkt werden. Denn die Bewegung aller anderen Teile des Körpers, aller anderen Gelenke, führt zu einer besseren und schnelleren Regeneration des verletzten Körperteils. Denn die Botenstoffe, die arbeitende Muskeln ausschütten, kann man durchaus als Muskelapotheke bezeichnen. Diese ganzen Botenstoffe werden aktiv, werden ausgeschüttet, regional und auch global im ganzen Körper, um Heilung voranzubringen. Das heißt, ein einfaches Beispiel, wenn Sie sich rechts das Kreuzband reißen und Sie werden tatsächlich operiert, was gar nicht in allen Fällen sein muss. Sie werden tatsächlich operiert und nach der OP sollten Sie dann unbedingt das andere Bein und die Arme trainieren. Sie sollten arbeiten mit diesen Gelenken, sobald es Ihnen möglich ist. Weil dadurch der Abbau der Muskulatur in den anderen Gelenk, in den betroffenen Beinen, deutlich geringer ist. Was heißt deutlich? Er würde auf jeden Fall geringer sein. Und Ihr Körper weiß dann noch, wie das geht, sich zu bewegen. Nutzen Sie das, um andere Dinge zu trainieren. Wenn das Bein verletzt ist, trainieren Sie mehr Arme. Wenn das eine Bein verletzt ist, trainieren Sie Balance auf dem anderen Bein. Es gibt immer was zu tun. Der Trainer Tony Gentlecore, der hat das mal sehr schön gemacht. Der hat sich leider Gottes in der Pandemie die Achillessehne gerissen und hat dann aus der Not eine Tugend gemacht und hat sehr, sehr viele Trainingsprogramme auf YouTube eingestellt, die man eben ohne dieses eine Bein machen kann. Er hat sich so den Rest seines Körpers sehr schön erhalten und auch, ich bin mir sicher, die Regeneration der verletzten Achillessehne deutlich vorangebracht. So muss man das auffassen. Verletzungen modifizieren das Training, sie stoppen es nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Statt absoluter Schonung ist also immer der Begriff der relativen Ruhe angesagt. Was bedeutet das? Absolute Schonung sollte nur für sehr kurze Phasen durchgehalten werden. Danach kommt die relative Ruhe. Das heißt, du siehst von den Tätigkeiten ab, die eindeutig das Problem verschlimmern oder wo die Gefahr besteht, dass du die Verletzung verschlimmerst und dadurch die Heilung verzögerst. Die Sachen bitte nicht machen. Aber die anderen Bewegungen bitte machen. Es gibt fast in jedem Gelenk, was einigermaßen mit der Heilung beginnt, wo die Schwellung runter ist, wo das Schmerzgeschehen sich langsam reduziert, gibt es schmerzfreie Bewegungsgrade. Die können erstmal gering sein, nur ein paar Grad in eine Richtung, aber die bitte nutzen. Und das sollte man herausfinden zusammen mit einem Trainer, einem Therapeuten, einem Physiotherapeuten, einem Chiropraktor. Das sollte man herausfinden und dann auch nutzen. Unbedingt. Denn wie gesagt, das Bewegen ist das, was am Ende heilt. Und das ist auch der Punkt bei diesen ganzen Placebostudien, die zum Beispiel zu Knieatmoskopien rausgekommen sind. Die OPs und die Nicht-OPs bringen das Gleiche, sie helfen den Patienten, aber eine OP am Knie birgt natürlich diverse Risiken im Vergleich zu einer Nicht-OP. Dann ist die Frage, was hilft denn da? Ist es wirklich nur der Kopf? Was heißt denn nur? Also ist es wirklich der Kopf? Natürlich nicht. Denn die Patienten haben ein normales Therapieprogramm nach der OP durchlaufen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass es dieses Therapieprogramm war, was ihnen geholfen hat. Und die OP hat vielleicht in vielen Fällen nicht geschadet, aber sie hat auch nicht viel genutzt. Und aus meiner Sicht, das ist jetzt meine eigene Theorie, kann ich keine Studie zugeben, altert ein Gelenk exponentiell schnell, wenn ich es aufschneide. Wenn ich in ein Gelenk reingucke, dann zerstöre ich so viel feine Anatomie und die Gelenkverhältnisse, die Sensorik des Gelenks wird massiv gestört, wenn ich dann noch Schrauben in die Knochen setze und so weiter und so fort, dann ändere ich die Art und Weise, wie das Knie vom Nervensystem wahrgenommen wird. Hier mit dem Knie als Beispiel, es könnte auch die Schulter sein oder die Hüfte oder der Knöchel. Ich ändere die Wahrnehmung dieses Gelenks im Gehirn, im Körper. Und wenn ich das nicht wieder bewusst abtrainiere oder mir antrainiere, mich normal zu bewegen, dann wird es sehr, sehr schwierig, von da wieder zurückzukommen. Dieser Punkt ist natürlich jedem klar. Jede OP muss sehr, sehr sorgfältig abgewogen werden. Und grundsätzlich, das klingt etwas überzogen, aber ich sage immer, alles, was sich nicht in der nächsten Stunde umbringt durch Verbluten oder sonst irgendwas, braucht eine zweite Meinung. Und diese zweite Meinung kannst du dir gerne bei deinem Chiropraktor einholen. Und genau da ist das große Missverständnis bzw. Fehlverständnis bei mir. Wenn ich mich entscheide, in der Bewegungsmedizin zu arbeiten, muss es das Ziel sein, alle Patienten, die durch die Tür kommen, zu besserer und mehr Bewegung zu animieren. Denn da kann man mir erzählen, was man will. Unser großes Problem in der Gesellschaft ist nicht, dass die Leute sich zu viel bewegen. Es ist immer, dass die Leute sich zu wenig bewegen und vor allem zu wenig abwechslungsreich. Und das sind genau die Hinweise, die ich meinen Patienten dann gebe. Spielen Sie mit den Dingen. Bewegen Sie sich. Versuchen Sie bestimmte Dinge. Beobachten Sie Ihr Gelenk, Ihr Knie, Ihre Hüfte, Ihre Schulter. Wann macht es sich bemerkbar? Ist es tagsüber, nachts, bei bestimmten Belastungen? Können Sie einige Bewegungen viel besser ausführen als andere? Ist es zu bestimmten Tageszeiten da? Also diese ganzen Dinge müssen beobachtet werden. Und es hilft unheimlich in der Diagnostik und auch in der Behandlung, wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die Sie uns dann mitteilen. Denn dann können wir auch die Übungen, die wir Ihnen geben und auch die ganzen Dehnungen und Kräftigungsübungen, auch die Behandlung selbst so abstellen, dass wir in kürzester Zeit die maximalsten Erfolge erreichen. Das heißt natürlich nicht, dass alles schnell gehen wird in der Heilung von Gelenken. Das dauert alles seine Weile. Wenn Sie zum Beispiel eine Entzündung im Gelenk haben, eine normale Entzündung dauert eben vier bis sechs Wochen, wenn sie normal abläuft. Aber das Schöne ist, wenn sie einen guten Ablauf hat, endet sie in Heilung. Und diese Vorgänge kann man leiten. Ein klassisches Beispiel für eine Geschichte, wo immer wieder auch Dinge geraten werden, die ich nicht so gut unterstützen kann, ist die sogenannte Frozen Schulter. Also die eingefrorene Schulter. Das ist eine sehr langwierige Geschichte. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist einfach so. Aber die Aussage, man solle jetzt einfach nichts tun, weil das gehe von alleine weg, ist wieder ziemlich irreführend. Denn wenn du eine Schulter hast, die sie ein Jahr, anderthalb Jahre nicht wirklich gut bewegt und du tust nichts in der Zwischenzeit, dann hast du danach noch eine ganze Menge anderer Dinge, die sich nicht wirklich gut bewegen. Viele Muskeln, die atrophiert, also stark zurückgegangen sind. Viele Bewegungsprozesse, die sich neurologisch schwer koordinieren lassen und so weiter und so fort. Die Schultermuskulatur geht über den Latissimus vom Becken bis hoch an die Schädelbasis, über den Trapezius. All das sind Schultermuskeln bis vor Ort zum Brustbein. Riesige Muskelgruppen, die an der Schulter dranhängen. Und nichts für diese Muskelgruppen zu tun, für anderthalb Jahre und einfach zu warten, bis es von alleine, in Anführungsstrichen, weggeht, ist auf keinen Fall die richtige Strategie. Nur weil es keine Behandlung gibt, die hier spektakuläre und schnelle Erfolge zeigt, heißt das nicht, dass man nichts tun sollte. Und das, was du tun solltest, ist natürlich viel zu Hause Übungen machen, aber auch immer wieder mal mit deinem Physiotherapeuten, mit deinem Trainer, mit deinem Chiropraktor einen Check machen, um zu schauen, wie der ganze Rest sich bewegt. Denn blockierte Rippenköpfe oder Brustzübersäule, Halszübersäule, Ellenbogen, alles andere, was um die Schulter herumliegt, helfen absolut nicht bei der Heilung dieses Gelenks. Das heißt, alles freimachen, was frei zu machen geht, so intensiv daran arbeiten, wie es die Schmerzen und die Einschränkungen zulassen, denn dann, wenn es dann langsam besser wird, was es eigentlich immer tut, dann bist du in einem viel besseren Zustand, wieder anzufangen zu trainieren, die Muskeln wieder aufzubauen und zu normaler Funktion zu kommen. Und das passiert nicht, wenn du anderthalb Jahre deinen Arm einfach stillhältst und versuchst, die Schmerzen zu vermeiden oder zu vergessen. Deshalb nie weniger machen, sondern besser, intelligenter, geschickter und abwechslungsreicher trainieren. Das ist der Schlüssel für alle Erfolge in der Bewegungsmedizin. Wenn es also auch deinen Vorstellungen und Plänen entspricht, wieder aktiver zu werden und besser zu wissen, wie das geht, bessere Bedingungen zu schaffen für diese Aktivität, dann komm gerne in unsere Praxis, schreib uns eine E-Mail, ruf an, mach einen Termin. Wir kümmern uns darum und geben alles, um dir zu helfen, wieder beweglicher und aktiver zu werden. Wir sehen uns. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinem Podcast zuzuhören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dass, wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, du es anderen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund und wir hören uns.